So, nun dürfen wir den dritten Dunkel suchen. Ich weiß, dass ich ihn schon mal gefunden habe. Und dann hört's auch auf. So, aber ich meine... Dass er nicht mal weit vom Start weg war. Weil in meinen Testversuchen, da bin ich maßlos immer ziemlich nah am Anfang gefällt. Also wenn ich weit gekommen bin, war das schon ein Wunder, aber... So. Also, vermute ich, dass es irgendwo links war. Also da, wo ich schon mal war. In den Häkchen. Ah... Aber festlegen will ich mich jetzt auch nicht. Hm. So. Betäubung. Und... Tod. So. Oh, das geht sogar durch alle durch. Also das ist nice. Ich glaub, ich lauf mal zu dieser alten Frau und hol mir mal so'n... Life... Trank... Trank... Potion. Meine Herren, da will man schon Englisch reden und dann... Life... Trank. Das war schon... Life... Life... Trank. Oh, Mann. Oh. Ähm. Ich weiß nicht, was... Was bringt. Der ist teurer. Aber ist auch besser? Äh. Moment. Ich... Ich sammle mal hier kurz ein bisschen was. Ähm. Äh. So. Äh. Jetzt hoffe ich auf Rubine... Und krieg... Fast keinen. Ich nehm einfach den teuren. So. Bestimmt ist sie jetzt auch wieder weg. Und kommt nicht wieder. Oh doch. Kommt sie. Ich wollte eigentlich beide mal kaufen, aber nein. Das Game lässt mich nicht. Ich mein, das war vielleicht hier oben irgendwo. Aber festlegen will ich mich absolut nicht. Achso, nee. Hier war's. Kann's gar nicht sein. Äh. Diese Ritter. Die sind so OP. Ohne Witz. Ah. Ah. Rein da. Nein. Ich wollte wissen, was... Äh. Da... Mann. Ja, ist okay, Game. Ist okay. Ich weiß, dass ich in dem dritten schon war. Aber wo ist das nochmal? Mist. Wenn ich das noch wüsste... Dann wäre das top. Aber nein, das weiß ich natürlich nicht mehr. Hm. War's vielleicht hier oben? Ah, nee. Hier war nur das da. Mit dem Rumgelaufen. Äh. Ach komm. Ja, ist okay. Nein. Ey. Kein Skill. Was? Ich hab doch mein Schild da gehabt. Hässliches Ding, Mann. Äh. So. Jetzt kauf ich mir auch mal den anderen Trank. So. Jetzt hab ich von beiden einen. Kann man von beiden noch mehr haben? Äh. Wo ist mein zweiter... Ach komm. Ohne Witz, Game. Man kann nur einen Trank auf einmal haben. Ja. Schön, dass man das auch erfährt. Indem man 40... Stücke verschwendet. Boah. Stücke. Äh. Ihr wisst schon, was ich meine. Kabine. So, unter welchem war jetzt der Eingang? So. Zack. Ja. Ist okay. So, hier meine ich. Nein. Äh. Dann nehmt nicht. Dann war der da. Ja. Einer. What? This is really... Äh. Boah, ich möchte diesen Ring hier haben. Den möchte ich haben. Aber dafür muss ich ja... Kann ich hier farmen? Das wär cool. Geben die mir auch Proben? Ich weiß es nicht. Also den... Den möchte ich haben. Unbedingt. Was auch immer der mir bringt. Also, wenn's schon 250 kostet, dann muss ich das doch irgendwas Besonderes bringen. Das möchte ich wissen. Ja, ich kenn mich im Zelda-Universum nicht aus. Sonst wüsste ich bestimmt, was dieser Ring bringen könnte. Na, leider kenn ich mich nicht nach hier aus, ja. Ah! Vielleicht war's unten links. Vielleicht war ich unten links schon mal. Da, 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 da. Das könnte gut möglich sein. Also das Dungeon. Ähm. Ähm. Falls es so ist. Und. Jetzt, jetzt geben die mir natürlich nicht mal ein Rubin mehr. Hä? Ohne Witz? Spiel, spielt gegen mich. Hä? Lol. War ich hier schon mal? Ich hab keine Erinnerung, wenn mehr hier dran. Geht, alle stemmen? Ja. Ja. Einer. Ja. Toll. Bis 250 dauert das aber noch ne Zeit. Was haben wir hier? Pay me and I'll take. Ein Talk. Äh. Pff. Nää. Nää. Halsschneiderin. Mit 250 sammeln. Bezahl ich dich doch nicht. Für irgendwelche Auskünfte. Autsch. Ähm. Ich stell mich grad doof wieder an. Ähm. Kein Teil, dass es immer der gleiche Wildschirm ist. Äh. Ja. Ob immer nach links laufen mir was bringt, ist ne andere Sache. Ähm. Jetzt könnte ich auch verstehen, warum sie das mit den Reden sagt. Äh. Nein. Nein. Äh. 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 Ja lol. Ist okay. Na. Vielleicht war ich hier irgendwo wirklich mal. Ähm. Ja. Wie oft muss ich nach links laufen? Also ich muss ja irgendwie nach links kommen. Das ist ja meine Vermutung. Aber irgendwie. Äh. 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 Gut, wir suchen das dritte dann schon im nächsten Part und bis dahin, ich bin meinem Kane und Jana Jones.